Nein, start! Nein, start! Nein, es stirbt noch einmal. Dann kannst du den Select-Konst wechseln. Ja! Ich mach den String auf einmal! Ahem! Bröt'i! Oah! War das schon, wo wir aufgekommen haben? Ich glaub schon, ja. Oh nein, du hast die Spielspotten. Ich hab bloß einen Spielspotten. Du hast bloß einen Spielspotten. Ja! So, um den Ton her. Passt doch noch einmal. Also... Mach du! Wir machen sowieso immer ohne. Stimmt auch wieder. Mach mal weiter! Puh, dann gehen wir mal weiter Auf meine Flugstunde Ich hoffe immer wegen der Geld übrig So, jetzt kommen wieder meine absoluten Inbau-Flug-Künste Ich glaube ich fliege gerade halt falsch Nein, das sehe ich schon Ha, ich bin so gut Wow, bloß und es gibt mehr als ich will Super Wo sind's mir? Hallo? Oh, gezielt Dann kommen wir schon wieder Musst du jetzt fressen, oder was? Nein, ich bin doch fertig Ich mach das letzte Stück gar gerne wurscht Nein, der ist noch nicht da Ach, was kannst du überhaupt? Ich meinte, der war ja schon da Worauf wir doch noch kein Geld Dann können wir doch noch ein wenig mal formeln Ich muss mich erst mit dem Viktor erinnern Ey, was tut Oh, das tut die Stelle wo Ich erinnere mich Ich erinnere mich Ich erinnere mich Jetzt sieht es auch aus, wie er will die Kinder Mhm Ich erinnere mich äh gay der Assi Assis Oh na! Oh na! Jaaa! Ich spüre die Kraft in Hölle! Ja komm, laber mich Huii Jaaa Das wenigstens immer verundbar Nein, ich muss ein wenig nach oben gehen Freilich, der dauert 5 Stunden zum Explodieren Ist das überhaupt verundbar? Au, 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 au So weiß ich nicht Oh, ich glaub schon Jo, ein wenig halt Ja Nein! Schau dich Ich hab mir schon gesehen, dass ich mich runtergegangen bin Scheiße Ah wie, ich hab jetzt schon wie 6 aufgeladen Ich hab schon mal Ohohoho Der hat die Zunge, Alter Nooo! Warum der Gast bildet ja die Sau Ohohoho Jetzt müssen wir schon mal den Heal rein drücken, oder? Ja, jetzt bitte den Heal rein drücken 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 Nein, das muss ich nicht Nicht drehen, alles klar Gut, da 010 von Das ist Wursch Oh, haha Ich muss dich ausschalten, aber heilen kannst du das, sonst verregt es jetzt gleich Mach's den Fullhil Ach, ich tue mich noch nicht Ach ich, ich tue mich noch nicht Ach ich nicht mehr von den Gruppen Nein, weil du. Die geh ich raus ab. Sechst ein Tropfen hat es jetzt auch nicht. Nein, das hätte ich mir sowieso nicht. Aber ich möchte ihn von unten hauen. Ich möchte ihn auf alle Fälle von unten hauen. Alter, was hat denn die für Hitbox? Da kann man nicht treffen. Da kann ich den sein, oder? Ja, Leute. Auf sie, oder? Ach, nicht, oder? Wie viel macht denn der Riss? Hättest du ziemlich gehofft, oder? Nein, nein. Aber was ist das für ein Sponk? Ich weiß nicht, ob ich es da triff. Doch, ich triff noch da. Ja. Wenigstens nur das Silbegasen. Wenigstens nur das Silbegasen. Ist mir scheißegal. Ja. Alter, ich schmied auf sie. Halt, halt, halt. Das macht bloß 50 Damage. Ja, jetzt halt so halbe sie, nur sie. Erstmal voll. Ja. Ja. LOL. Alter, der... Der Sperr haut gut rein, oder? Der Bum gemacht. Ööööö. Ja, da geht man, dass sie mehr HP hat. Und zauberge machen wir uns so ein... Alter, ich hab einmal 900 abgezogen, einmal 500, einmal... Also 400 irgendwas, 400 irgendwas. Oh Gott. Okay. Ich meine, der wird jetzt schlimmer, der Boss. Genau, dass du auf Simi machen kannst. Das ist ein Witz, oder? Haben wir eigentlich schon alle, was rausgeballert? Hm, glaub schon. Ein paar Mal pennen gegangen sind. Ach, warum geht dann der Bogen nur bis 5? Weil du noch nicht ab 6 hast. Den Scheiss. Na, Witz. Na mal die Seufel da. Jetzt schließe ich mein Namenspatron. Boah, jetzt. Warte, jetzt. Kommt der Coolste. So geil. Ja. Das laufende Weed. Das ist so geil. 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 Grafikpack. Wie meinst du was für ein Grafikpack? Wir haben ein Tor vom Buben. Dass das Hacki ist von der Tussi. Von der Kleinen. Stimmt. Die Klinge ist so haut vorne. Das wird jetzt auch schön wie wenn er nicht so haut. Hättest du mich wieder gern? Nein. Das ist so geil. Wie ist das denn da? 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 Ja, jetzt sieht der Röst auf. Wie ist das denn da? Wie ist das denn da? Mordi. Loll. WTF? WTF? Ey, Vicky. So, jetzt würde ich erstbegehren. Zum Berti. Berti? Müssen wir aber wieder wegflimmern? Den gibt es ja nicht. Ich weiß. Aber auf 7 war schon geil. Bringts nicht. Na, na, gar nicht. Jetzt gehen wir erst damit zum... Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich? Ich glaube nur mal für einen Autokolle gekauft, oder? Ich weiß ja eh. Bei 40. Das ist klar für ein Item oder zwei. Wenn überhaupt. Ja, für eins vielleicht schon. Ja, dann fliegen wir zum Bertl. Ja, flieg du. Ich muss schon einen Schluck trinken. Ja, lustig läuft lang. Bot fliegt. Das wäre schon cool, wenn du das sagen kannst. Ziel aussuchen. Das wäre schon ein Punkt. Blöckst du hier? Man muss es nach Hause halten. Warte, warum geht mein Ding nicht an? Was? Die Vatical ist ja auch? In der Quid? Na, das ist die Signal. Ich hab da keine Dingstil. Keine Ahnung, wenn wir gerade sitzen. Ach, das ist die Stil. Ja, ich war ja nicht. Kann ich da ein Bettl geben? Ich meine, du musst ja durch Kanalisation durch, oder? Fliegen wir nochmal in die große Stil rumy. Da gibt's noch keine, weil da muss ich nicht durchfighten, da. Nein. Flieg um Sieg! Ich bin einfach einmal nur nördlich von der Dingstil. Sooo leid dich. Sooo leid dich. Rechts musst du die Stadze hören. So? Da ist's. So, wo war's, Rupertl? Lefzeit meine ich, oder? War er nicht da drin? Das ist hin. Guckst du hin? Guckst du? Haben wir noch in den Keller runtergegeben müssen? Nein, ich weiß noch mal. Ich weiß, wenn er neben dem unten noch. Da drüben unten? Da ist noch mal... Da müssen mal irgendwo Schädel draus sein. Ja, normal schon, aber... Weiß gar nicht sein, oder? Sind wir blöd? Da steht überhaupt so ein Bertl. Boah, ich schau mal. Dass die irgendwo im Keller war, oder? In der Stadt. Oder... Da ist nicht mehr da. Kein Plan. Ich weiß, da wäre aber auch nicht so lange hergegeben, dass wir da bin worden. Ich weiß nicht. Nein. Nein. Das war's nicht. Leicht falsch gelaufen, der Riesung. Bisschen. Mal loslegen, der Mucki. hüppchen... ok... Die, 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 die... Ich glaube, dass es doch im Dernen war. In dem Keller unten. Wenn nicht, dann müssen wir jetzt schnell in den Gottstoff fliegen. Aber das ist ja kein Keller mehr, der Doktor ist ja nicht, aber er ist ja nicht. Ja, der ist ja nicht. Meins. Einmal mit Profis. Warum sagst du das nicht gleich? Weisst? Einmal mit Profis. Echt. Komm, landet mir. Nein. Jetzt haben wir wieder kein Geld mehr. Scheißegal, die haben Lanzen. Ja. Schaut mir mal Lanzen an, wir Lanzen, Lanzen gar. Tja. Äh. Mh. 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 Du hast ja wirklich viel Pläne von der Land gehalten, hast du auch nicht Warum? Ich mach genau drauf zu, du, Depp Leider muss man sich halt im Kreis drehen, wenn wir von Norden schauen, dann in Süden fliegen, nicht? Depp, du blöder! Wenn man schon Süden schaut und sich dann nach Norden dreht, dass man wieder nach Süden schauen kann Hast du gemacht, ja Hahaha, wir sind gerade geflogen Mei Nein Meine Meinung nach ist, ich setze zur zweiten, muss ich den ganzen Damage machen, ich will in die Ablage Gut Weil du da ein bisschen mehr Damage machst wie ich Ein bisschen Lass mich eine andere Skillung rein, dann mach ich mehr Damage wie du Uh, andere Skillung, wow, du hast es aber nicht drin, weil du keine andere Skillung nicht drauf hast Haha Hast du selber gesagt? Nein, man kann andere Skillung nicht spielen, man kann andere nicht drauf Ich bin einfach mit hier ein Mensch Ich bin jetzt mit meinem Match die Ice Skillung, das ist natürlich recht lustig zum Spielen Ja, ich mag einfach mit hier einlassen Ich muss jetzt anwägen Ich bin bei mir nicht so gut Gaue ich mich anwägen Ich kann ja immer berichten m- Anwägen Wir müssen aber trotzdem rüber, wenn wir den Untergrund rüber müssen Wenn wir vor unten im Palast rüber müssen Von unten im Palast rüber müssen Ach, ich mach der mir damage Diri oder wie? Oida du Arschkrumpen Schkrampen. Ich hab auch auf 2 gehabt. Na, nicht los die Brenner. Na, weder das. War mir zwar klar, aber... Du, 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 du... Jetzt zeigt die 4. Die haben wieder das Ulter. Rüstung. Boah, die war ja einfach nur aus. Wieso? Weil wir brennen doch nicht. Vergiftet ist. Vergiftet ist. Ja, flogts nur weg hier. Eigenpizza. Bäm, hat's gemacht. Lauf. Boah. Boah. Wir dürfen nicht so gegen den Platz. Oh nein, nicht dir. Bäh, ich hasse den Wasserfall so viel. Das war da, wo wir letztes Mal aufgekommen haben und dann erst ganz spät wieder weiter haben. Ja, ich hasse die Wasserfall so viel. Na, nie, du, du. Wart, 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 wart. Nimmst du ein Schwert drüber. Ist eh schon ein Titan-Schwert. Äh, sagt das, was ich. Scheiß Dreieck. Hm, das braucht man doch kein Schwert nicht. Ja, dann. Na, halt dein Maul. Ach, doch, das war das. Deswegen hasse ich das da. Ich mein, wenn oben ich springe, dann fehlt's ja da nix. Lanzenorb. Ja, Lanzenorb. Wie oft möchtest du es noch auf Werten? Ja, so auf 30, 40. Alter. Nur dem Ding noch geh. Nein. Das ist ja gerade falsch. Genau deswegen. Ach, der Zauberschle. Begriff noch nicht. Wir müssen mich noch unten hauen, wir kommen da nicht weg. Muss ich gar nicht. Obwohl, dass ich da nicht wegschaffe. Ehh, so was ich sagen, 6, 6... ...warte, mich! 5?? 5 habe ich erst. Alter, muss ich 2 nachholen. Aber du bist genau bei 5.0. Dann ist es nicht so gestanden. Das ist die Grundabwohnung. Ich bin bei 5.10. Ach du hast eine Sacki drin. Ich habe ein Hacki drin. Du hast ein Schwert drin. Nöööö. Na das denken wir schon. Du hast das Schwert auch. 5. Mann an die Schwanz Ach Feil, die treffen die auch noch Oeda, what the fucking hell Oeda, jetzt wird die gerade auslassen Ja, ich muss die gleich halten, sonst Oh, nice Mein Waffenlevel ist gestiegen Juhu Okay, that's it Merci Aber ich mein, dass wir ja noch rechts müssen wie noch um Ah, ja noch links Sorry Bestimmt, ein Lanznerptom Unbedingt Haben wir schon lange keinen Lanznerpt mehr gekriegt GZ Wie auch immer, was wir brauchen Weil du Level abpasst Weiß nicht, ob du nicht aufpasst Ich hab nur Level abgesehen Und halt keinen einzigen Namen von denen ich auch ausgesucht hab Pflanzenort Aha Droppt erst in der letzten Ding Tot Juhu I'm happy man Schau, wie sehr geh ich dir jetzt abknüppeln lassen soll Dann hätte ich mich selber gehalten, du Honk, du Sonst hab ich selber gekauft in meinem Buben Na, so was gibt's denn Bombo und ein Schock 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 Hu hot Na, das magst du nicht 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 Ich weiß gar nicht, wo ich mehr möchte Casten Und was? Im Cast Hm, haha, super But you are cast away Halt mich gleich Halt mich gleich Halt mich nicht auf hier oder sowas Na Na Ob ich fallen? Nein, jetzt gehen wir in die Wasserfälle, wo du dann links oder rechts einlaufen musst in die Lücke und den Schalter drücken musst. Oder Schlung nach links und rechts, irgendwie so war es. Totaler Scheiß. Da werde ich dann ganz kurz schnell meine Waffen wechseln. Wenn man einen Bogen lasse, dann ist der ein recht schwer Treffer dran. Der macht dann links, der macht rechts. Der macht links. Na dann. Jo. Nice. Auf hier. Auf die Mob. Komm mal wieder. Wenn man das nicht weiß, ist das recht bittig. Äh, bittig. Bittig ist das. Einmal. Voll bittig. Bittig schön. So, aber jetzt. Bei dir, Laura. Fuck him. Du musst laufen jetzt nach rechts, müssen wir dann... Nein, nach links. Hey, hey, hey. Ich habe wieder eine leichte Links-Rechts-Schwäche, Manni. Und Nord-Süd-Schwäche. Wo ist's? Da geht's. Stirb! Stirb! Die Insekt! Der wird noch immer als Boss! Oh yeah! Oh na! Oh jetzt kommt er schon mit dir als Boss! Nein, du hast die Zyklur drin! Weiß ich doch! Oh, die ist grün! Juhu! Warte, ich muss mir schnell was noch schauen! Wow! Oh, meine Abwehr ist weg! Oh, und schon wieder weg! Au! Na, du kannst uns noch nicht auf Sim hier auflohne! Erhöht die Stärke um 2, das muss ich noch schauen! Vati kann! Vati kann! Vati kann und Vati nicht kann! Gibt uns daaun! Halt mal schnell! Reiß! Jetzt fällt! Ach, heute! Bidi di 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 di! Mucki ist so geil! Taug die Boss Mucki voll! Bii bi di! Jaaaah mit einem Schlag hab ich wieder über ein Kuhmachar! Weil die trifft des Viech gar nicht! Cool wäre wenn ihr da wirklich 2mal wieder nachwachs werdet, dann nur 3, 4, 8. Er hängt da irgendwo, AAAH! Das kann ich nicht, ich bin da weg, ich bin da verdammt Ich trifft das Vieh nicht, und das ist die Hitbox, Mann Das kann ich nicht sein, oder? Das hat keine Hitbox, das ist eine Hitbox Ach, dann bewusstlos auch Und du nicht! Ah, wundervoll Brü-Action, juhuuu Ich bin da was so Vieh, ich kann Feuer zaubern Ah, super! Das war zu viel Ich muss immer ein Rätsel tun Äh, ich such gerade die Dingle Da kommt der ins Teil Gesundheit Geht's gut Füxle, nee, da muss man echt andere Waffen halt auch Ah, was stehe ich mir auf jetzt? Oh, oh Ah, die Gläu steht da sehr ungünstig Die Gläu tankt den gerade heils mich schnell Ich glaube, die kackt nämlich sehr ab Müssen wir rübergehen Ja, genau, ich geh Hitmein Ausweihern und dann Ausweihern und dann Ausweihern und dann Ausweihern und natürlich ist dann ein Schluck weg Hat zwar nur ein Dreier, aber trotzdem Ein bisschen bewusstlos, ne? Jep Aufgestanden, noch gleich mal vollgeheiß gehen Oh, nur Level 1, ja Pfff Ah Wir kommen explizit den rechten Kopf weg, genau Das war cool Au Levo heils Oh, heilen, 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 heilen Ja, Alter, ich bin umbogen gelegt Ja, ich schreib los Ich bin geskillt der Heiler, ich kann das Ich bin geskillt der Heiler, ich kann das Was, wenn es auch an Kettenhiel einer Pfff Der ist wie ein Shamie oder was? Nur einzig Worte Heiler sind Shamie Heiler Ach Keine Ahnung Tsk Loh Spring durch Ok, jeder hat geblockt Ist auch cool Ah, nicht schlecht Ok, Fod, einfach tu ich, bringt nichts, bringt nichts, bringt nichts Ja, cool Leck So, mach ich das Tu das auch ein bisschen übergelevel Blanz noch ab, blanz noch ab Dein Maul, jetzt kommt der Bom Na, das ist einfach, weil man mir Jetzt hat Ossimil gemacht Na, Taichi Na, Schwert könnten wir wieder kämen Na, Taichi Schade Irgendwas Irgendwas Taichiks Was gemeint, gell Ich meint, dass du Ich meint, dass ich's noch weiß Du hast aber gekocht Na Na, Trax Dein Trax Schö Versteh ich nicht, warum's jetzt da nicht hingehört Einfach auch wieder raufhauen und fliegen sie auch um Boah, leck, jetzt hat uns viel geflasht Ich glaub, der ist Trax da Boah